Lass uns über Emotionen reden. Emotionen haben oft einen schlechten Ruf, weil sie als das Gegenteil von Sachlichkeit und Rationalität gelten. Aber das stimmt so nicht. In Konflikten sind Emotionen Wegweiser für Dinge, die uns wichtig sind oder die uns nerven. Vielen Menschen fällt es schwer, über Emotionen zu reden. Ähnlich wie mit Bedürfnissen ist es nicht Teil unserer Kultur. Dieses Kapitel soll dabei helfen. Erstmal sind Emotionen einfach ein Fakt unserer Biologie. Ihr Aufkommen ist im Körper messbar, beispielsweise über Muskelspannung, Herzfrequenz oder Hormonausschüttung. Evolutionär haben sie sich durchgesetzt, weil sie schnelle Reaktionen auf Auslöser ermöglichen, zum Beispiel Konfrontation bei Wut oder Weglaufen bei Angst. Heute sind diese instinktiven Reaktionen oft nicht mehr so hilfreich. Aber trotzdem haben Emotionen eine wichtige Funktion in Konflikten. In der psychologischen Forschung werden häufig vier Basis-Emotionen unterschieden. Wut, Trauer, Angst und Freude. Wut kann uns zum Beispiel dabei helfen, Grenzen zu setzen oder Dinge einzufordern. Trauer ist ein sicheres Zeichen, dass etwas fehlt, was für uns wichtig wäre. Angst hilft uns, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Und Freude zeigt uns, was uns gut tut. Es gibt aber noch viel mehr Emotionen und Abstufungen. Im Anhang findet ihr eine Liste dazu. Als Faustregel in Konflikten kann man sagen, nehmt Emotionen ernst, wenn sie da sind. Aber seid euch auch bewusst, dass sie in der Regel eher als Hinweise auf Interessen und Bedürfnisse zu verstehen sind. Welche Emotionen wir ernst nehmen und ausdrücken können, ist oft sehr individuell und gleichzeitig durch unsere gesellschaftliche Positionierung geprägt. Jamila hat zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass viele Leute irritiert sind, wenn sie als schwarze Frau ihre Wut offen zeigt. Viel mehr als bei ihren weißen Freundinnen. Und in Kims Kindheit war in Tränen und Traurigsein ein No-Go. Solche Prägungen und Verbote können dazu führen, dass wir bestimmte Gefühle unbewusst vermeiden und dass wir auch schlecht mit ihnen umgehen können, wenn andere sie zeigen. Fast alle Menschen haben rote Knöpfe, bei denen sie schnell emotional werden. Das können zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen, Themen oder Werte sein. Manchmal sind diese auch deswegen so stark, weil sie mit Kindheitserlebnissen, generellen Unsicherheiten oder Traumata verknüpft sind. In Konflikten ist es aber hilfreich, die eigenen roten Knöpfe gut zu kennen. Dann merken wir nämlich, wann sie ausgelöst werden und können besser reagieren. Im Anhang findest du eine Anleitung, wie du deine eigenen roten Knöpfe findest. Fühl dich nicht schlecht wegen deiner roten Knöpfe. Sie gehören zu dir und fast jeder Mensch hat welche. Und manchmal kann es auch sinnvoll sein, diese mit anderen Personen, zum Beispiel in deiner Bezugsgruppe, zu teilen, damit diese wissen, dass das sensible Punkte für dich sind. Dazu sollte aber eine gute Vertrauensbasis da sein.